Ich fühl mich, als ob alle herstarren. Das ist nicht nur ein Gefühl, es starren uns alle an. Das Kleid ist Schrott. Ich hätte lieber was anderes anziehen sollen. Nein, das Kleid ist perfekt. Sieht toll aus. Aber das Wichtigste ist, sei natürlich. Wenn dich jemand anspricht, einfach immer lächeln. Also verhalte ich mich jetzt natürlich oder soll ich lieber lächeln? Ich wusste gar nicht, dass du Humor hast. Nur wenn ich Todesangst habe. Ryan, welche Freude, dass Sie hier sind. Ich freue mich auch, Scheichermatt. Das hier ist meine Assistentin, Elisabeth. Ich bin entzückt. Die amerikanische Diplomatie verfügt über solch anmutigen Charme. Ich bin sehr erfreut, Elisabeth. Gentlemen, ich will nicht länger stören. Wir reden später, Ahmad. Ja, bis dann, Ryan. Er hasst mich. Er würde mich wohl am liebsten erstechen. Aber ich glaube, du gefällst ihm. Sehr schmeichelhaft. Ich muss Hände schütteln gehen. Bleib ruhig und misch dich unter die Leute. Du weißt, was du tun musst. Ja, Botschafter. Wie schön, Sie hier zu sehen. Ja, sie weiß... Ich brauche einen ruhigen Platz. Sie weiß, was ich tun muss. Ich weiß es nicht. Ist nämlich schon etwas länger her, dass ich das Let's Play gesehen habe. Aber das ist ja auch gut so, ne? Weil ich will ja hier nicht alles eins zu eins nachspielen, sondern auch mal ein bisschen selbst rumprobieren. Was haben wir hier denn? Das ist mal Gläsele nehmen, so. Der Scheich Ahmad. Orientalische Musik. Fällt mir sehr gut. So, was müssen wir jetzt machen? Da stehen... Ja, ich glaube, das sind irgendwie Wachen oder so. Da gehen wir mal lieber nicht... nicht lang. Sollen ja ein bisschen Leute mischen. Können wir hier mit irgendjemandem quatschen? Reden? Irgendwas? Ich glaube, der muss dein am liebsten. Dein Geld reicht auch für drei Ferraris. Oh, drei Ferraris. Ja, kann ich mir auch leisten. Elisabeth. Sie sind unserem gemeinsamen Freund entkommen. Ein Wink vielleicht? Wir sollten uns besser kennenlernen. Später für mich. Ja, bis später. Gehen wir mal lieber hier weg. Wir distanzieren uns etwas. Weiß ich, was ich machen soll? Ich brauche einen ruhigen Platz. Einen ruhigen Platz. Ja, für einen ruhigen Platz ist ja nichts besser als das stille Örtchen. So, was hat man hier auf dem Schild stehen? Ja, Female Toilets und Male Toilets. Okay, also hier ist die Damen-Toilette. Da gehen wir doch mal... Gehen wir doch mal hin. Ob ich damit rein darf? Ich weiß nicht. Vielleicht soll ich lieber die Augen zumachen. Ja, ich muss mal ein Make-up checken. Hm. Ja, sieht schon flott aus, die Jodie. Der... Würde ich glatt mal... Ja, nee, 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 nee. Sieht schon gut aus. Gehen wir mal hier rin. Können wir zuschließen. Jo. Und dann mal gucken, was muss man jetzt machen. Okay. Oh. Was wär's runtergefallen? Nur die Ruhe. Da kommt ja keiner rein. Hoffe ich zumindest. Ähm. Ja. Da ist ein großes Bild in einem der oberen Räume. Dahinter ist ein Safe. Die Dokumente, die wir suchen, sind da drin. Aber es gibt Wachen und Kameras, also sei vorsichtig verstanden. Okay. Oh. Jodie, alles klar? Hm. Okay. Okay, die Grazien hier sind anscheinend abgezogen. Soll mir recht sein. Schnell, Aiden. Es tut so weh, wenn du so weit weg bist. Ich mach ja schon. Ich weiß ja nicht mal, wohin. Muss ich hier hoch? Ich denk mal schon. Ah, da drüben ist ein Typ. Den können wir wieder besetzen. Oder so. Aber die Frage ist, soll ich das machen? Ich weiß auch, hier kann man viele Entscheidungen treffen und alle Entscheidungen beeinflussen. Ein Büro mit dem Porträt des Scheichs. Hier muss es sein. Habe ich gleich zufällig genau das Richtige genommen? Oh. Gut. Irgendwann muss ein Schalter sein, um das Bild zu bewegen. Such ihn, Aiden. Okay, erstmal die Lage sondieren. Okay, hier haben wir schon eine Kamera. Können wir die irgendwie abschießen? Ne. Was können wir hier machen? Oh. Bonus freigeschalten. Okay, schön. Das wusste ich auch noch nicht. Eigentlich wollte ich hier doch nur... Ob das jetzt so gut ist, hier irgendwas zu machen? Ich kann hier das Papier angreifen. Ich kann hier die Schubladen öffnen. Ob ich das jetzt machen soll? Ich weiß nicht. Ich mach's einfach mal. Okay, da drin ist ein Knopf. Oh, scheiße, heiße. Die Kamera war an. Oh, oh. Die Wache kommt. Verhalte dich ruhig, sonst schlägt der Alarm. Ich bin in der Kirche. Ich bin in der Kirche. Denk nach. Es gibt sicher noch einen Weg. Was gibt es denn noch für einen Weg? Vielleicht können wir die Kameras irgendwie abschalten oder so. Wenn ich wüsste, wo dieser Kontrollraum hier war. Kann ich hier vielleicht irgendwo durch Wände oder so? Ich sehe nichts. Ja gut, hier bin ich schon mal immerhin in einem Büro drinnen. Das Büro hat aber irgendwie keine Tür, so wie ich das sehe. Kann ich das Licht ausmachen? Nö. Na, dann halt nicht. Ach, da ist die Tür oder was? Hä? Hm. Was können wir denn jetzt machen? Ich bin gerade ein bisschen überfragt. Da hinten können wir zu Jodie zurück. Wo ist denn dieser Kontrollraum vielleicht? Ich weiß nicht. Können wir irgendwie die Kamera abschießen oder so? Oder können wir hier irgendwie irgendwas... Ah. Wir können den Scheich selbst besetzen und dann an seinen Safe gehen. Das würde ja eigentlich unauffällig sein. Aber ich will gerade mal gucken, ob es vielleicht nicht noch eine andere Möglichkeit gibt. Ich will jetzt nicht gleich die erstbeste Möglichkeit nehmen. Den Typen... Da steht noch so einer. Gibt's hier vielleicht? Irgendwie... Ah. Okay, aber die quatschen hier irgendwie auf ausländisch. Wir könnten hier eventuell auch ein bisschen rumspuken, aber wir wollen ja kein Aufsehen erregen. Ah, da ist die Tür. Das ist aber eine komische Tür. Hat nicht mal Türgriffe. Bestimmt, dass man von draußen nicht reinkommt. Okay. Tja, aber ich sehe gerade keine andere Möglichkeit eigentlich. Das ist einfach den... Ach, da hinten! Hier muss es sein. Eiden, tu was du musst. Du musst zuerst die Wache ablenken. Hm, vielleicht den... Kaffi auf die Hose schütteln. Okay, jetzt kann niemand mehr das Hauptbüro überwachen. Wir sind sicher. Hm. Okay, irgendwie war der Bildschirm zwar noch an, aber... Okay. Okay. Gut, schön. Haben wir das doch noch irgendwie anders hinbekommen. Und uff die Tür. Oh. Ähm. Da hat gerade die Playstation kurz gehangen. Oh. Ja, ist gut. Da haste. Nicht bewegen. Okay, gedrückt halten. Kreis. Oh, da kommt schon Blut aus der Nase. Die gute Jodie scheint richtig hier Schmerzen zu haben. Das ist ziemlich ungesund, wenn's gut aus der Nase kommt. Und... Sind wir fertig? Haben wir's geschafft? Das ist gut. Ich bin der Nase. Echt? Ich bin der Nase. Echt? Ich bin der Nase. Ich bin der Nase. Ich bin der Nase. Ah, Juhal nun hat es. Hm. Okay. Sehen Sie, ich kann nichts tun, um Ihnen zu helfen. Viel Glück. Okay, komm auf, Jodie, komm. Packst du schon. Okay, ähm. So, da bin ich auch wieder. Ähm, ja, können wir hier, ja. Okay, Gott, können wir. Ich würde mal sagen, wir wischen erst mal das Blut weg. Dann ist das auch nicht so auffällig. So, komm, Jodie, es wird schon wieder. Nichts anmerken lassen. Okay, wir müssen jetzt Ryan finden. Ich hoffe, ich finde den. Ach, da hockt er, ja. Jodie, alles klar? Fass mich nicht an! Ich will jetzt gehen. Gut. Ja, wir gehen. Ich will jetzt einen horses practise. Fass mich nicht an! Aber wir müssen hier in der Nacht rufe kapiert... Amen.